Jetzt habe ich gerade Angst vor der Zukunft. Ich bin vielleicht weiterhin dein Kommilitone. Ich habe Angst vor der Zukunft, ich habe Angst davor, was in den nächsten Jahren mit mir, mit meiner Familie, mit unserem Land passiert. Es ist ja formlos, diese Angst. Ich kann das irgendwie rational vielleicht erklären, kann sagen, ich habe Angst vor der Erderwärmung, ich habe Angst, dass jetzt ganz viele Geflüchtete kommen, mir meinen Platz wegnehmen. Da kann ich verschiedene Sachen aufnehmen, aber das ist ja trotzdem ein Angstgefühl. Und wenn ich jetzt damit zu dir komme, mit dem, was du mir gerade erzählt hast über den Körper, wie würdest du mit mir körperlich daran arbeiten? Davon ausgehend, es besteht ein ernsthafter Wille, das zu lösen. Dann würde ich erst mal sagen, okay, sorg erst mal dafür, dass deine Familie jetzt für die nächste Zeit, dass du mit deiner Familie gekümmert, so, wie sage ich, dass sie erst mal jetzt ohne dich sozusagen ein paar Monate zurechtkommen. Und was du während dieser Zeit machst, ist, kommst zu uns. Und in dieser Zeit folgst du einfach nur dem, was wir hier die ganze Zeit machen. Was passieren wird, ist, dass ich dich körperlich erst mal aufbauen würde. Das heißt, ganz normal, praktische Übungen, Laufen gehen, körperliche Aktivität und dann immer gepaart mit verschiedenen Perspektiven, die du bekommst. Weil, wie sage ich das jetzt, die Fähigkeit von uns Menschen ist es eben, aus etwas, was aktuell noch nicht vorhanden ist, es fassbar und lebendig zu machen. Jede Entwicklung, was es heutzutage hier in der Welt gibt. Wie ist die Rakete entstanden? Wie kommt das Flugzeug hier auf die Erde? Das heißt, es gab ja mal einen Zeitpunkt, da gab es hier diese ganze Technologie nicht. Wo ist der Anfangspunkt dieser ganzen Dinge? Letztendlich Ideen, Kreativität von einigen Individuen, die dann was gemacht haben. Die dann etwas, was als ein formloses Konzept, sie haben einen Weg gefunden, das Ganze systematisch, Schritt für Schritt zu manifestieren. Zu manifestieren bedeutet, aus etwas Formlosen, etwas Sichtbares, Erfahrbares, Fühlbares zu machen, nicht nur für dich, sondern für die Menschheit. Das heißt, alle Entwicklungen dieser Welt, positiv als auch negativ, findet ihren Ursprung in den Gedanken. Das ist Nummer eins. Jetzt gibt es über die Angst ein hilfreiches, eine hilfreiche Erläuterung zum Beispiel. Ich weiß jetzt wirklich nicht, von wem das kommt, aber A-N-G-S-T, Angst. Hatte ich mal gelesen, es ist die Annahme, negative Gefühle seien Tatsachen. Es ist die Annahme, negative Gefühle seien Tatsachen. Und dem kann ich tatsächlich so wirklich unterschreiben. Das heißt, du gehst davon aus, dass etwas in der Zukunft eintritt, was dich mit negativen Gefühlen momentan erfüllt. Meine Frage ist, warum, wer sagt das? Die Wissenschaftler. Woher wissen die das? Weil die sich die Daten angeguckt haben, weil die sehen, dass die Erde sich erwärmt, weil die aus der Historie, wo wir herkommen, Rückschlüsse ziehen, jade, jade, jade. Es wäre nicht das erste Mal, dass auch die Wissenschaft ab und an mal ihre Ansichten korrigieren mussten. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist einfach die, so ähnlich wie mit der Annahme, Dinge sind heute mehr im Wandel als zuvor. Ich bin mir nicht sicher, ob es einfach nur für uns heutzutage, weil wir so stark vernetzt sind, wir einfach mehr Einblicke haben darin, was eventuell in anderen Ländern über der Erde hinweg, was da passiert. Oder ob es nicht immer, seit jeher, seitdem es Menschen gab, immer schon Gruppen und Veränderungen innerhalb auf der Erde gab, aber wir waren halt eben nicht vernetzt und konnten das Ganze eben nicht verfolgen über die sozialen Medien. Das heißt, das ist eine Frage für mich, wo ich mir selbst wirklich nicht sicher bin, ob also dieses Gefühl, dass ich jetzt wir hier im Wandel sind und alles drum und dran, ob das nicht einfach nur, ich sage es jetzt ganz banal, sehr stark davon abhängig ist, was du konsumierst jeden Tag. Deswegen, für mich ganz persönlich, klar sind wir präsent, aber wir sind eigentlich am Teilen. Von uns sind sehr wenige Menschen am Konsumieren, weil ich kenne meine Herausforderungen im Alltag. Und wenn ich in der Art und Weise etwas verändern kann, fange ich meistens im unmittelbaren Umfeld an, das besser zu gestalten. Bei dir selbst? Bei mir selbst, bei den Menschen, die um mich herum sind, in der Gemeinschaft, in dem Verbund, in dem Bundesland, in der Stadt. Das ist dort, wo ich anfange, nach draußen zu gehen. Das ist so die erste Art und Weise, was ich selbst direkt dann nachvollziehen kann, weil ich es einfach als sehr, sehr schwierig empfinde, beidseitig. Probleme auf der anderen Seite der Erde als meine Probleme einerseits zu betrachten und auf der anderen Seite aber auch das, was außen passiert, ohne dass ich es tatsächlich für mich in meinem Ort spüre, als Annahme dafür zu nehmen, was für mich eventuell in Zukunft eintreten wird. So, um es auf den Punkt zu bringen, die Angst bringt nichts. Es ist jetzt sehr, sehr schwierig, aber die Angst bringt nichts. Die Angst ist etwas, die bindet mich einfach nur. Weil, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, sagen wir einfach mal. Das, was die Ängste verursacht, wird eintreten. Dann ist es trotzdem besser, jetzt nicht in der Starre zu verweilen und das einfach weiter zu kultivieren, sondern du weißt, das wird eintreten. Dann, bleib ruhig und denk nach. Was willst du tun? Was ist dir wichtig? Was kann auf keinen Fall, wie sag ich das, auf was willst du auf keinen Fall verzichten? Also mach dir deinen Kriegsplan in diesem Sinne. Das ist das einzigste Sinnvolle, was in so einer Situation, davon ausgehend, du weißt wirklich, das wird so kommen, was du machen kannst. Das ist genau der Punkt, den ich vorher erwähnt habe. Nicht das Leben zu denken. Die Taten werden dafür sorgen, was die Zukunft bringt. Die Art und Weise, was du jetzt in Bewegung setzt, das wird dafür sorgen, wo du dann stehst, wenn der Moment gekommen ist. Das heißt, die Aktion. Und das ist eben dieses Wichtige. Wir Menschen haben das geistige Potenzial, Dinge zu erschaffen, da da Raketen, die hochfliegen und dann wieder landen. Mit sowas fängt es schon an. Das ist schon beeindruckend. Oder egal, da gibt es ja so viele Bereiche, was der menschliche Geist kann. Was der menschliche Geist eben genauso kann, ist diese Angst zu schüren. Das ist dasselbe Element, ist dieselbe Quelle, ist derselbe Geist. In dem einen kreiert es aber sehr viel Offenheit, sehr viel Leben, sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Licht, sehr viel Lebensfreude. Und es ist derselbe Geist, wenn der nicht gut genug verstanden wird, der dir die Hölle erschafft. Man muss nicht warten, bis zum Tag des letzten Gerichts. Manche haben ihre Hölle bereits jetzt hier auf Erden. Und die ist abhängig von was? Sehr stark eben von der Geisteshaltung. Das war nur ein Ausschnitt von unserem Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das komplette Gespräch gibt es hier. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wenn wir uns hier bald wieder hören oder wieder sehen. Bis dann. Tschüss.